Wir wollen uns mitnehmen, dass wir auch durch dieses neue Bauprogramm verbunden halten mit dem Stand des Nordrhein-Westfalen, also rund 28.000 jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Nordrhein-Westfalen und 22.000 Gemeinsam gesteigen können. Für ganz NRW bedeutet der Bautopf, der neu aufgelegt und heute offiziell quasi übergeben worden ist, dass wir die Möglichkeit haben, unsere vielfältigen Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, weiterzuführen und trotzdem endlich die Gelegenheit haben, notwendige Sanierungs-, Renovierungs- und Neubaumaßnahmen in die Wege zu leiten, durchzuführen. Und von daher ist es für uns ein großer Tag.